Hoffe ich. Hier, guck mal. Kennst du den? Nee, warte mal. Das geht nicht mehr. Wieso kann ich denn jetzt nicht den Stream starten? Moment. Kennt's da? Ah doch, jetzt geht er. Hier, kennst du den schon? Wer ist der? Der ist in deiner Statusleiste unten, im Chat. Irgendein geklickner Puppel in dein Haar und zeigt euch seine Ausbeute. Ja, Baby. Yeah. Wenn ich Öl gefunden habe, teilen wir uns. Ist klar, ne? Yeah. Genau. Wenn wir Öl gefunden haben... Yeah. Genau, also ich bin wieder am Streamen. Ich trinke nicht mehr. Aber natürlich auch nicht weniger. Ja, ich trinke wohl weniger. Äh, mehr. So. Was? Achso, wohl... Was? Ich bin entsetzt. Genau, wir müssen hier hin, nach drei. Da. Hier. Nach drei müssen wir. Ach, nach drei. Nach drei. Ich dachte nach acht. Nee, nach drei. Boah, es liegt ja hier alles quer verstreut, ey. Kommst du mir nach? Ja, ich hänge dir quasi an den Fersen. Garpe, 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 garpe. Genau, und hier... Ach, ja. Ähm, die, 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 die Strauchliebe müssen wir platt machen. Genau, hier. Banzai! Ich werde dich mit meiner Magie töten. Hier ist noch einer. Halt! Ich... Was? Ich berate dir deine kleine Arsch. Aua, der hat mir einen Stein auf den Kopf geschmissen. Hey, die Sau. Der Huso, Alter. Der alte Huso. Ach, da, du bist Huso, deine Mutter, Junge. Hier ist auch noch... Nee, Quatsch. Nee. Nee, da nicht. Hier. Hier. Hier so. Hier, guck mal, hier, da. Ja, mach dir da einen Platz, ist ja egal. Komm mit. Boah, ich bin so imber, ey. Stufe 3, yeah, baby. Wahrscheinlich kann jetzt hier jeder... Du bist Stufe 3, ich bin immer noch Stufe... Pisselige 2, ey. Hier hinten ist noch einer. Hier, Magiker for the win. Wo denn? Hier. Die in hell, motherfucker. So, okay, ich brauche aber auch noch einen. Hier, da. Hey, wieso bin ich denn immer noch Stufe 2? Weiß ich nicht. Ey, Alter. Hier, guck mal, ich ziehe den ran und du haust ihn um. Hier vorne den. Ich brauche immer noch 4%. Wo? Wo ist er? Boah, der hat mir wieder einen Stein auf den Kopf. Aua. 22 EP, ey. 98%. Guck mal, ich muss noch einen. Ach so, ich habe dich hier wieder... Ach, so. Hier, guck mal, noch so einen kleinen hier. Wo denn? Wo bist du denn? Hier. Wo ist denn dein... Du hast so einen rosa Punkt bei mir. Wir sind hier. Ach hier, ach nee, ach doch. Hier, guck mal. Ey, GZ. Geilo. Warte mal, was brauchen wir denn von denen eigentlich? Äh. Wir haben alles. Ach nee, ist ja schon. Genau. Jetzt müssen wir noch zu 2. Die 2 ist hier irgendwie am Arsch der Welt. Was müssen wir denn... Wir müssen uns da einfach nochmal umdrehen, kurz. Im Endeffekt schon. Hier so. Was? Kehrt... Nee. Die 2 ist... Ach so, Wildschweinschenkel und diese hier. Überall liegen noch die Wildschweine rum. Also laufen. Genau. Und die Wolfsbälge müssen wir holen. Du haust doch schon wieder irgendwelche Viecher rum, oder? Ja, komm mal hier. Ja, ich bin ja da. Komm mal mit. Wie bist du? Ja. Genau. Und jetzt müssen wir irgendwie so hier... Du weißt aber schon, dass aus... Also da, wo wir hergekommen sind, ein Haufen Wildschweine waren. Aber ist egal. Hier vorne ist ja eins. Und da ist eins. Genau. Und, äh... Oh, der Paladin haut richtig hier rein. So, guck mal. Hier oben ist auch noch eins. Boah, die Maus, ne? Die richt mich auf, ey. Oh, die Eude-Wuizau. Machen wir's gerade. Das läuft. Hast du ja nicht kochen geskillt bei den anderen Chars? Hier ist noch ein schruppiger Wolf. Ja, hab ich. Echt? Ich bin gerade dabei... Ich hab gerade... Also gerade, wie gesagt, ich hab ja eine WoW-Pause gemacht, weil ich irgendwie Level 90 war und dann meine Felder hatte und so weiter und meine Wolkenschlange. Und da hab ich dann eben aufgehört und, ähm... Was wollte ich eigentlich gerade erzählen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht mehr. Aber schön, dass du's dir merkst. Ja, genau. Ähm... Können wir die eigentlich beide looten? Ja, ne? Du kannst die auch alle looten, ne? Ich kann die looten, ja. Guck mal, hier ist auch noch einer. Hab ich... Nicht Kirschen an. Bup, bup. So, noch zwei Bälge hier. Da sind noch zwei Wölfe, genau. Ne, genau, da hab ich... Da hab ich nämlich, äh, Angeln mal geskillt. So rum. Einfach, weil da gab's so eine Daily bei den... Bei diesen komischen, ähm... Angelfritzen da, aber eine Quest war immer richtig scheiße. Mhm. Da musstest du... Hier ist noch ein Wolf hier oben. Hier sind zwei Wölfe. Hier ist auch einer. Ja, in diesem Sumpfgebiet musstest du immer, glaub ich, irgendwelche Piranhas... Äh... Irgendwelche Piranhas, äh, angeln. Und diese Piranhas, die hatten... Oder Aale. Ich glaub, es waren sogar Aale. Und diese, die hatten eine Drop- oder eine Spawn-Rate von... Keine Ahnung. Also, ich habe mal ungelogen zwei Stunden geangelt. Und für eine Daily, wo ich mir gedacht habe, es kann's nicht sein. Äh, okay. Das ist natürlich heftig, ey. Das ist heftig, ja. Ja. So. Jetzt brauchen wir noch einen... einen Wildschweinschenkel. Ja, und die sind hier hinten irgendwo, wenn der mir das anzeigt. Hier, wo wir so geradeaus laufen. Also, so ein Wildschweinschenkel, schön gebarten. Hier ist noch eine Wildsau. Das wäre auch mal wieder gut. Ja, ist schon nice, ne? Definitiv. Boah, Alter, 110er Crit. Ich bin imber. Yeah. Hier ist noch eine Wildsau. Hoffentlich sollten wir wirklich einen... So, drei von drei. Sollten wir wirklich einen Zuschauer haben, habe ich immer so ein bisschen Angst, dass der das uns glaubt. Was denn? Na, wenn wir sagen, wir sind imber. Gut, jetzt war es ja gerade mein vorlautes Mundwerk, aber... Genau, wir sind imber. Voll auf Level drei. Voll imber. Ey, meine Maus. Ey, Level 90. Komm her, ich mach dich kaputt, Junge. Ich mach dich blatt, Hörber. Ich mach dich fettig. Aber ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, also jetzt hier mit entspannten 720p, ja, konstant 30 Frames. Alter, die Maus, ne? Die Maus. Ich weiß nicht, was er tut. Wieso denn? Das geht mir auf den Sack. Ja, das glaub ich dir. Also nochmal übrigens an den potenziellen Zuschauer da draußen, auf den YouTube-Kanälen hat auch, also haben wir beide eine bessere Qualität. Gut, ich mein, Billy hat jetzt sowieso eine bessere, aber, äh, äh, da bin ich auch mit Full HD unterwegs. Und sollte ich meine aktuellen Projekte irgendwann mal abgeschlossen haben, werde ich auch in, ähm, äh, 4K produzieren. Jo. Weil so viel kostet das nicht mehr. Geil, ich tu mal gerade hier die unbezahlbares Felsen, Kiefer, tralala, weg. Äh, Stoff, Leder, Kette, Brustplatte, okay. Brustplatte ist natürlich schön, ne? Oh, ich hab ne Robe bekommen. Oh, mit 2 plus 2 Rüstung. Ey, die Stats, die gehen echt ins Bodenlose. So, dann noch das. Meldet euch bei Grelin Weisbart in Eiskamp-Teil. So, kann ich denn hier... Ja, aber, warte mal, ich, nee, ich muss ja erst noch hier meine, mein Spruch, glaub ich, lernen. Ähm, hab ich jetzt einen neuen Spruch gelernt? Ja, Schattenwort Schmerz. Halt, warte, wo bist du denn? Ich bin bei meinem Magierlehrer. Ja, wir müssen ja hier erst noch mal die Dinger machen, ne? Wir müssen die, die Puppen kloppen, ne? Nutzt Siegel des Befehls und trefft eine Trainingsattrappe. Wo sind denn die Trainingsattrappen? Die sind genau vor der Tür. Hm, warte, muss ich noch mal eben machen? Ja, ich, ich muss ja auch daran. Also, ich muss, äh, mein, ähm, übt Schattenwort Schmerz an so einer Trainingspuppe, an so einer Gummi. Siegel des Befehls. Ja, Bäm! 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 16 Schaden. Bäm! So. Bäm! Fertig. Bäm! Bäm! Nee, hä? Warte. Also, so comicmäßig die Optik bei WoW auch aussieht, so, so geil sind teilweise die Effekte, die du, die man raushaut. Achso, ich kann jetzt schon. Ich hab schon alles. Na, ich auch. Guck mal, ich hab schon eine richtige Magier, eine Priesterrobe an hier. Alter! Hör mal, bist du geil? Na, ey, aber spitz wie Fifi. Fifi. Ja, genau. So, pass mal auf. Wo, wo ist der Fifi denn? Ach, da hinten. Das möchtest du jetzt nicht wirklich wissen. Nein, ich mein mein Fifi. Achso. Pass auf. Was? Ich bekomme 130 Erfahrungen. Ich auch. Ich bin fast Level 4. Geil, Oben. Was ist das jetzt hier? Siegel des Befehls. Erfüllt euch mit heiligem Licht, durch das eure Nahkampfangriffe zusätzlich 10% Heiligschaden verursachen. Okay, da zieh ich mal hier rur. Scheiße, jetzt kann ich wieder nicht. Glockt. Warte mal. Ja, ich hab's nämlich auch gelockt hier, den ganzen Kack. Wie war denn das nochmal? Interface war das, wann? Und dann Anzeige. Nee, wo war denn das? Warte, das war in System. Nee, auch nicht System. Mein Gott, meine Maus, ey. Die geht mir auf den Sack. Auch im Menü jetzt, ja? Ja, überall. Da ist der Crank. Maus. Maus umkehren. Ich versteh das nicht. Ich versteh's echt nicht. Die springt echt von oben nach unten, überall hin, wo sie will. Hast du an der Maus eine DPI-Einstellung? Ja, ne? Mhm. Setz die mal ganz runter, spiel mal ein bisschen und setz sie dann wieder hoch. Also was heißt, spiel mal ein bisschen. Warte so ein bisschen, fahr mal damit hin und her und setz die dann mal wieder hoch. Warte, muss ich mal eben in dem. DPI-Einstellung 100. Stufe 1. Okay. Beschleunigung. Stufe 8. Wieso Feed the Beast? Ich will jetzt nicht Feed the Beast haben. Geh weg. Was ist Feed the Beast? Äh, Minecraft. Ah. Anwenden, okay. Ich bin noch schon drin. Warte, jetzt hat der mir WoW nochmal aufgemacht, ey. Komm, geh weg. Verbindung zum Server wurde verloren. Mein Gott, nee, ey. Sag mal, was machst du denn? Ja, das ist alles nur total bekloppt heute irgendwie. Ich lock mich nochmal eben neu ein. Weltbetrayten. Sorry, Leute, für die Leute, die zugucken, der eine Mensch, der zuguckt. Du bist tapfer, du bist richtig tapfer, Junge, Mädchen, was auch immer. Du bist unser Zuschauer. Auch wenn du dich aus meiner Sicht auf den falschen Kanal eingeloggt hast. Aber, äh, nein. Wir spielen ja zusammen, um das Erlebnis des Spielens zu teilen, nicht wahr? Genau. Ja. Und ich laufe jetzt hier mal gerade... Nee, springt immer noch weiter runter. Das gibt's doch nicht, ey. Was ist denn das für ein Scheiß? Das hab ich noch nie gehabt. Maus kaputt? Nee. Arbezeichen? Ist denn da irgendwas auf meinem Trackpad, auf meinem Mauspad drauf? Unten auf dem Sensor irgendwas drauf? Schrubbel, schrubbel. Ja. Das auch nicht, ey. Also, jetzt mal eben ausprobieren. Jetzt mal eben hier so ein bisschen rumrennen. Ah, jetzt scheint es zu gehen. Wie viele Frames hast denn du eigentlich bei WoW? Also, in WoW selber, 212. Alter. Da bringt deine 780er aber schon noch einiges mehr an Dampf. Mhm, die bringt gut was. Weil ich bin jetzt hier so bei 130. Mhm. Die war wahrscheinlich auch ein bisschen teurer als meine. Okay, anwenden. Und dann Abtastrate machen wir mal 500. Beschleunigung machen wir mal 8. Okay, anwenden. Okay. Aber da ich mir den Rechner geholt hatte, war ich noch nicht wirklich... Der ist ja noch nicht alt. Der ist ja jetzt erst im November letzten Jahres. Da habe ich mir den neu zusammengepuzzelt. Mhm. Und nachdem ich den dann hatte mit meinem i5, keimte dann die Idee, machst du doch mal ein Let's Play. Mhm. Ja. Und dann sagt man sich so, Möp, hättest du mal ein i7 genommen? Ja, klar. Ja. Ein i7 ist schon echt nice, ne? Na, vor allem, ich hatte vorher einen. Ich hatte mir vor vier Jahren oder was mit einem der ersten i7, die so rauskamen, geholt mit dem Rechner drin. Und der hatte echt Dampf ohne Ende gehabt. Aber es war leider so ein System-PC. Also ich habe mir die eigentlich immer zusammengebaut. Weil ich komme ja aus der Branche halt so ein bisschen. Und habe mir dann irgendwann mal gedacht, ach so, kacke, weißt du, kaufst du dir das Ding? Hatte gute Komponenten drin. Und hat auch lange gehalten fürs Zocken. Aber irgendwann einfach, weil die Grafikkarte zu schlecht war. Und hätte ich den dann ... Also der Prozessor war eigentlich gar nicht schlecht. Es war einer mit 3,2 Gigahertz. Also eigentlich auch nicht so eine alte Kiste. Also im Vergleich dafür, was der damals beim Verkauf von dem Rechner für eine Leistung hatte, war das schon sehr zukunftsträchtig. Hätte ich aber ein neues Netzteil gebraucht. Hätte ich eine komplett neue Grafikkarte gebraucht. Board hat keinen Speicher mehr unterstützt. Und deswegen hätte sich das nicht gerechnet. Und da ich halt primär eigentlich einen neuen Rechner fürs Zocken haben wollte, naja, reicht ja der i5 eigentlich aus. Ja. Gut, beim Encoden geht es so. Da brauche ich für ein ... Was machen wir meistens? Portal? Halbe Stunde Video, ne? Meistens so im Schnitt. Ja. Brauche ich mit dem Blockbuster meistens so 40, naja, 30 Minuten ungefähr, so lang wie die Folge ist. Geht eigentlich, finde ich, fürs Encoden. Du, hör mal, ich bin jetzt gerade wieder draußen. Schon wieder? Ja. Weil wir müssen ja noch da hinten zu Weißbarts Lager. Ach so, draußen? Ich dachte, du bist aus dem Spiel raus. Nee, nee, draußen. Ich renne hier wie so ein Guppi immer im Kreis rum, weil ich dachte, du frickelst da an deiner Maus rum. Ja, das bringt nichts irgendwie. Ich muss das nochmal testen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Okay, Feuer frei, ich bin vor dir. Du bist ja Bummel Letzte. Jawohl. Doof. Du doof. Mano, kann ich dich nicht aufholen? Nee, dann weiß ich nicht. Können eigentlich Zauberer einen aufholen durch Blinzeln? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja, kann sein. Ja. Können sie. Oh, hier ist Weißbarts Lager. Na, wenn der mal keinen weißen Bart hat. Tatsächlich ist der der Hammer. Schön, euch zu sehen. Jo. Sauber. Tötet zehn Trollwelpen. Ich kriege ein Messer. Und hier ist noch eine Quest. Ja, genau. Oh, drei Quests. Stellt euch in jedem der Frostmindenlager in die Nähe der Sterndeuterin, der Frostminden und lauscht dem, was sie zu sagen hat. Okay. Und dann noch der Felix. Dilemma eines Flüchtlings. Dilemma eines Flüchtlings. Schafft euch Felix Kasten, Felix Truh und Felix Bolzenheimer. Was? Genau. Machen wir zuerst die Eins. Ja, aber warte noch mal eben kurz, bitte. Ich warte auch gerne länger. Ich setze mich erst mal hin hier. So. Inverlock. Ne, gar nicht. Doch. Hä? Ne, Moment. Kennst du Vicky Pollard? Ne. Was? Du kennst Little Britain nicht? Ne. Oh. Interfazer. Ich bin enttäuscht. Warte kurz. Tastatur. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja. Moment mal eben. Du suchst bestimmt gerade die Fixieren der Statusleisten, oder? Ja, ich habe jetzt oben in meinen Leisten meine Zauberliegen und der bringt mir die aber nicht so richtig. Wie kann man, weißt du, wie man das machen kann? Vier. Ja, ich habe ja die Razor Naga. Ich muss das nochmal eben neu belegen. Sieben. Ach so, du hast, ja, so eine Cheetah-Maus. Ja, genau. Zehn. Ey, weißt du, mit was ich hier spiele? Zwölf. Ne. Mit einer bestimmt, keine Ahnung, die ist bestimmt, also schon sechs Jahre alt, mit einer ollen Maus, die mal bei so einem HP-Rechner mit bei war. Die habe ich mir irgendwo mal mitgenommen, die war mal silbern. Da, wo die Finger drauf liegen, ist sie mittlerweile Plastik-Weiß. Und das ist so eine, ja, die hat wahrscheinlich vier DPI oder so, also keine Ahnung. Ah, okay. Ja, gut. Ist definitiv keine Hardcore-Gamer-Maus. Ja, egal. Nee, aber die nächste, die nächste ist schon, ähm, habe ich mir schon mal angeguckt. Du, du, du spickst gerade wieder auf die Karte, ne? Mhm. Sollen wir erst die Troll-Welpen holen oder erst unten die Sterndeuterinnen und so? Nee, ich würde sagen, wir gehen erst zu eins, oder? Die Frost, die Troll-Welpen. Mhm, okay. Genau, die Troll-Welpen. Gut, machen wir die. Juhu. Ups. Ah, meine Maus, ne? Ey, ich muss echt gucken, wie ich das... Wo bist du denn jetzt? Ja, das ist aber... Ich bin vor dir, ja. Echt? Die, die springt plötzlich so rum. Ich laufe und dann... Pass auf, das ist ganz einfach. Wenn du nicht weißt, wo ich bin, immer vor dich gucken. Ja, super. Muss ich erst mal hinkommen vor mich. Ey, irgendwie hau ich heute ganz schnell auf die Kacke, was? Ja, echt. Das ist mir ein bisschen peinlich. Vollet Rohr, ey. Ja, klar. Hier, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Ich stapel heute wieder tief. Wo bin ich denn jetzt, ey? Sisse, dann ist halt die Krux da dran, ne? Ich laufe dann plötzlich in eine ganz andere Richtung, ey. Das ist aber scheiße, echt. Ach, cool. Hier, Schmerz des Dingens, Dingelhopper, der, glaube ich, der castet irgendwie viel schneller. Hier steht auch noch einer. Ja, der wird instant gecastet, das ist cool. Boah, ey, ich habe schon 80 Mana, ey. Hier ist auch noch jemand. Ich bin echt ein Mana-Brunnen. Also, verstehe mal. Hier steht gleich noch das nächste Opfer. Sie hatten einmal sterben bestellt. Die klingen wie Arnold Schwarzenegger. Action Movie. Action Movie. Oh, da liegt eine Truhe. Was? Wo? Das ist da vorne. Da funkelt es, genau. Hier, pass mal auf. Bam. Die Motherfucker. Boah. Genau, ich stelle mich direkt vor dich. Ach, das war, ja, das war Felix Truhe. Ah, okay. Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Hm. Schätzlein. Acht von zehn haben wir. Komm, den hier noch. Ja, warte, hier, hier, da stehen, da stehen hier so zwei. Ja, warte, ich mach den hier noch eben, weil ich... Zwei leichtbekleidete... Oh, ich habe schon eine Sterndeuterin belauscht. Oh, hast du was? Bin mir dessen zwar gar nicht bewusst, aber... Ja, mach sie kaputt. Wer bist du? Ach so, die, die, die quasselt hier vor sich hin, ist die Sterndeuterin. Boah, wie sieht die denn aus? Ey, voll übel. Die ist ein bisschen groß, ne? Voll übel, ey. Lass die heute hin. Genau, wir müssen jetzt weiter hoch nach links. Oh, ich habe hier gerade noch einen angezogen. Klub. Du hast einen angezogen oder ausgezogen? Naja, wir sind in einer Kennenlernphase, also von daher... Ach so, guck mal hier, wir müssen jetzt hier weiter hoch nach rechts. Dann gehen wir zu eins oder zu zwei? Wir gehen jetzt zur... Da, wo eins und zwei ist. Hä? 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 Äh, tatsächlich? Genau, die liegen genau beieinander. What the fuck? Das ist eben umgesprungen, echt? Mhm, genau. Also ich... Die lagen vorhin links. Okay, aber ich freue mich gerade so ein bisschen, dass ich jetzt wirklich konstant mit 30 Frames aufnehme. Mhm. Und den ganzen anderen Kack, den muss ich einfach nochmal ein bisschen Feintuning machen. Ja, genau wie ich. Wieso, wie du? Ich freue mich gerade so ein bisschen, dass meine Maus so gar nicht funktioniert. Ja, das tut mir echt leid. Das ist doch ein Kack, ey. Das muss ich nochmal gucken. Komm, hau ab jetzt hier, Alte. Ja, probier das wirklich mal, wenn du, wenn du... Hast du dir die Truhe schon genommen, ja, ne? Ja. Probier das mal aus, wenn du WoW spielst, ohne. Ja, ich hatte das bisher nie, dieses Problem. Nie. Level 4. Und jetzt? Alter, halt den Mund. Du bist mir jetzt immer ein Level voraus, jedes Mal. So, guck mal, wo wir jetzt hin müssen. Ja, es ist komisch, ne? Da ist Felix Kasten und die Sterndeuterin Mirim Koa. So, dann gehen wir mal da. Ey, das sieht so geil aus mit diesen Karten. Ja, wenn die die Karten aufklappen, ne? Hm, schön, bupp und die Nase auf dem Papier. Genau so. Les, 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 les. Oh, ich mach's Pipi, ey. Ich auch. Wir machen, wenn wir da sind, müssen wir eben kurz pinkeln gehen. Wie geil. Machen wir schön Pipi-Pause. Jetzt geht wieder, geht wieder, geht wieder mit der Maus, ne? Und bumm, jetzt schwingt die Maus wieder um und plötzlich guck ich nach unten. Das ist doch komisch. Steck die doch mal, äh, probier das doch mal, wenn du die umsteckst in einen anderen USB-Port oder so. Es muss ja, irgendeine Ursache muss es ja haben. Ja. Vielleicht spackt da einfach nur irgendwas bei dir am Rechner ab. Ja, ich guck da jetzt gleich mal, bevor ich Pipi gehe, krieg ich mal eben unseren Schreibtisch. Ja, nicht, dass... Nicht, dass da was passiert. Hier, guck mal, hier liegt eine Kiste. Ja, ich weiß, die brauchen wir ja. Ja? Ja, lass mich nur alleine mit dem. Ja, ist kein Problem. Ach so, wo bist du denn? Ich bin Stoffi, ich halte viel aus. Ach so, da. Ja, du kannst das doch. Warte, ich komme dir zur Hilfe. Ups, sorry. Aber ich kann looten. Griefer. Du haust den kaputt und ich lüte den. Voll geil. Wie geil ist das denn? Hey, warte. Ich bin aber eigentlich... Stimmt, der Mönch, der kann Dings tragen. Stimmt, der Mönch, der trägt Leder oder sowas. Mhm. Und ich bin Stoffi, ja. Dann werde ich wohl Schneider am besten. Ach ja, die Berufswahl. Das war damals schon so ein Kreuz. Hey, GZ. Oh, Alter, ich bin auch vier, oder was? Jo. Mega geil. So, jetzt quatscht die Alte hier auch noch ein bisschen. So, Badabing. Jetzt haben wir hier noch... Unterland wird ein Land aus Eis und Schnee. Doch unter der Erde, mein Kind, wird immer Feuer sein. Okay, so würde ich jetzt hier an wie Angela Merkel, ey. Mhm, eben. So, hier ist der Kasten, den brauchst du auch noch. Ja, den hab ich schon. So, dann können wir wieder zurückrennen, die ganzen 700 Kilometer. Warte. Genau, 700 Kilometer nach da. Genau, wir müssen aber nur zum Glück zu Weißbars Lager. Ja, ist alles an derselben Stelle, ne? Und wenn wir da sind, würde ich mal sagen, würde ich mal sagen, dass es heißt, äh... Frau Zocker rüber auf die 17, bitte. Genau, kommen Sie bitte auf die 17 und stecken Sie vorher Ihre Maus irgendwo anders rein. So, ich bin im Lager angekommen und ich gehe jetzt mal auf die 17. Äh, bis dahin. Genau, ich auch. Bis gleich, ne? Und ich stecke da eben die Maus anders hin. Schüssen. 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 Bis gleich. Schüssen. Oh, free willy. Ah, das ist mir gut, da kriege ich, ey. Das ist mir die Maus jetzt. Das ist mir gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich bin auch sofort da. Ach, super. So. 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 So, genau. Wir müssen jetzt hier die Quests abgeben beim Felix, beim Lehrling Soren und beim Relin. Was ist das hier überhaupt für eine faule Community, sag mal. Ja, die sind echt, die sind echt wirklich faul, ne? Ja, also 53 Views schmeichelt mich ein bisschen, aber... Ach so. Ach so. Bei mir schreibt jemand. Nein. Ja, genau. Bei mir schreibt jemand. Hallo. Fapp, fapp, fapp. Seid ihr ein Paar? Was? Nein. Wir sind kein Paar. Und zweitens. Ich wieg... Boah, wie viel wieg ich denn? Was weiß ich, ey? Ich bin jetzt nicht... Aber ich bin auch nicht dick. Ich wieg, glaub ich... Äh... 60 Kilogramm oder so? Keine Ahnung. Was hat das damit zu tun?